Meilenstein auf der Ethereum-Dog-Blockchain. Wir haben jetzt über eine halbe Million Validatoren. Vor einem Jahr lagen wir nur bei ca. der Hälfte dieser Zahl. Um Validator zu werden, muss eine Person oder eine Organisation über 32 Ethereum halten. Im März kommt nicht das Ethereum-Update Shanghai und dort können die Menschen ihre Staking-Erträge eben dann auch auszahlen. Das macht das Ganze so spannend. Mehr News zu Ethereum, Bitcoin und allen anderen Kryptos findest du auf meinen Kanälen. Abonnier sie.